Adverbios de lugar, Ortsangaben. Das ist das Thema von der heutigen Folge, von dem Podcast 38. Adverbios de lugar, Ortsangaben. Los Adverbios de lugar más importantes en Español, die wichtigsten. Ortsangaben in Spanisch. Ortsangaben sind sehr wichtig. Sie kommen ständig vor. Die brauchen wir, wenn wir schnell kommunizieren möchten. Muy bien, pues entonces vamos con la pregunta. Die Ortsangaben sind die Antwort auf die Frage wo, auf die Frage donde. Wenn ich frage, wo etwas ist oder wo etwas sich befindet, benutze ich Ortsangaben. Auf, unter, vorne, hinten, rechts, links und so weiter. Ihr habt natürlich alles, was ich jetzt erzähle und alle Beispiele und die Aufgabe, das habt ihr auf der PDF-Datei. Schaut mal in der Beschreibung, da habt ihr die Links oder auf meiner Seite www.spanischmitmaria.de. Da findet ihr auch die PDF-Dateien von allen Podcast-Folgen. Vamos con el 1. Es sind zwei Wörter. Und zwar, ja. Encima, D, debajo, D. Encima de la mesa. Auf den Tisch. Debajo del coche. Unter dem Auto. Debajo del coche. D plus L wird DEL. Das haben wir schon mal gesehen. Also, encima de, auf, debajo de, unter Dos Delante de, vor, detrás de, hinter Delante de la casa, vor dem Haus Detrás de la casa, hinter dem Haus Also, Ortsangaben kann man sehr gut so imparen lernen Und auch mit Bildern Ihr könnt auch auf meinem Instagram-Account Da habe ich auch einige Aufgaben über Ortsangaben Auch so mit Bildern Dann kann man sich das ein bisschen besser merken Wenn man das so sieht Also, encima de, debajo de, auf, unter Delante de, vor, detrás de, hinter Vamos con tres A la derecha de, rechts von, a la izquierda de, links von A la derecha de la mesa Rechts von Tisch, von den Tisch A la izquierda de la mesa, links von Tisch Derecha, izquierda Achten wir auf die Aussprache auch ein bisschen Derecha, izquierda Cuatro Dentro de Dentro de ist drinnen Man kann hier auch in benutzen Dentro de und fuera ist aus, draußen, außerhalb Drinnen und außerhalb Por ejemplo, dentro de la casa In haus, in haus drinnen Fuera de la casa, draußen, außerhalb des hauses Dentro de, fuera, de Cinco Al lado de, neben, neben an Al lado de la mesa, neben dem Tisch Al lado del coche, neben dem auto Al lado de Entre Eswischen Entre Aufpassen hier, ja Hier benutzen wir kein de, keine Präposition de Man sagt nicht entre de, sondern man sagt nur entre Por ejemplo Eswischen den häusern Entre Las Casas, ja Ohne de Eswischen den Haus und dem Auto Entre La Casa Y El Coche Siete Enfrente De Gegenüber Enfrente De Enfrente Del Teatro Gegenüber Des Teatres Enfrente Del Teatro Ocho Haben wir wieder ein paar Cerca de Nah von In der Nähe von Lejos de Weit weg Oder Enfernt von Cerca de Cerca de Mi ciudad Nah Meiner Stadt In der Nähe Meiner Stadt Lejos de Mi ciudad Weit weg Oder Enfernt Meiner Stadt Cerca de Lejos de Nueve En el centro De In Zentrum In In der Mitte Von En el centro De la ciudad In der Stadt Mitte In Zentrum In Zentrum In der Stadt In der Stadt Mitte In el centro De la ciudad In Diez En En Können wir Durch viele Präpositionen Übersetzen Durch In Auf An Zu Also En Ist die Antwort Auf Die Frage Wo Wenn Ich Für Diese Antwort Nicht Einer Von Den Anderen Orts Angaben Benutze Dann Benutze Ich En Wenn Ich Frage Zum Beispiel Wo bist Du Und Jemand Ist In Sevilla In der Stadt Sevilla Und Sagt Auf Deutsch In Sevilla Auf Spanisch Estoy En Sevilla En Sevilla Wenn Ich Frage Wo bist Du Und Jemand Ist Auf Mallorca Auf Auf Deutsch Aber Auf Spanisch Sagen Wir Estoy En Mallorca Auf Dem Boden Etwas Liegt Auf Dem Boden Auf Spanisch Sagen Wir En El Suelo Wo Die Frage Wo Dann Die Antwort Ist En En El Suelo An Der Wand Wo An Der Wand Wo Antwort En La Pared Auf Deutsch Benutzt Mal In Mal Auf Mal An Es Gibt Unterschiede Auf Spanisch Wenn Die Frage Wo Die Antwort Ist Eng Es Seid Ich Einer Von Den Anderen Adverbien Benutzen Die Ein Bisschen Konkreter Sind Also Weit Weg Oder In Der Ne Von Oder Rechts Oder Links Muy Bien Pues Ya Tenemos Todos Los Adverbios De Lugar Wir Haben Schon Alle Diese Ortsangaben Die Die Einzelne Und Jetzt Üben Wir Die Natürlich Üben Wir Die Okay Dann Überlegen Sie Wie Die Form Auf Spanisch Ist Ich Sage Zum Beispiel Vor Der Kathedrale Und Sie Denken Wie Sage Ich Das Auf Spanisch Vor Der Kathedrale Delante De La Kathedrale Delante Vor Delante Hinter Mein Auto Detrás De Mi Coche Detrás Hinter In Der Mitte Der Region In El Centro De La Region Es Wischen Den Park Und Der Bus Haltestelle Entre El Parque Y La Parada De Autobus Au Sahal des Restaurants Fuera Del Restaurante In Dem Taxi En El Taxi O Dentro 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 Del Taxi Zu Hause In Casa Links Van Van der Apotheke A La Izquierda De La Farmacia Auf dem Bett Enzima De La Cama Gegenüber Des Krankenhauses En Enfrente Del Hospital Im Kino En El Aeropuerto In Der Neh meiner Arbeit Oh Perdón Am Flughafen Am Flughafen En El Aeropuerto In Der Neh meiner Arbeit Cerca De Mi Trabajo Neben Der Bar Al Lado Del Bar Auf dem Platz En La Plaza Muy Bien Perfecto Pues Ya Tenemos El Ejercicio Ya Lo Tenemos Muy Bien Muy Bien Pues Hemos Terminado Hasta La Próxima Vez Adiós A Todos Adiós Muy Pronto Hasta La Próxima Vez Adiós A Todos